Ein idyllisches Plätzchen, dieses Bad Waldsee, hat ein Bad, Wald und See, sogar zwei Seen und hinter mir die Kirche Peter und Paul. Für jeden der beiden Heiligen gibt es einen eigenen Kirchturm. Das ausgesprochen radfahrerfreundliche Städtchen hat nicht nur eine romantische Altstadt, sondern auch einen Bezug zur österreichischen Geschichte. Denn im 19. Jahrhundert war Bad Waldsee eine vorderösterreichische Besitzung und man hat sich eigentlich ganz gut gefühlt, denn die Österreicher haben nicht viel rein regiert und das war recht attraktiv, weil sich Waldsee sehr selbstständig entwickeln konnte.